ADAC fürchtet extreme Verkehrsprobleme. Der Landesbetrieb Straßenpunkt Nordrhein-Westfalen rät Autofahrern, das Nadelöhr rund um die Leverkusener Rheinbrücke weiträumig zu umfahren. Umleitungen würden ausgeschildert. Der ADAC befürchtet extreme Verkehrsprobleme auch auf den Ausweichrouten, und sprach von einer mittleren K-A-T-A-S-T-R-O-P-H-E. Autofahrer müssen auf jeden Fall mehr Zeit e-i-n-p-l-a-n-i-n, sagte eine Sprecherin von Straßenpunkt Nordrhein-Westfalen. Wer kann, sollte einen anderen Weg fahren, ein anderes Verkehrsmittel wählen, oder Fahrgemeinschaften bilden? Welche Alternativen neben dem Auto gibt es? Bahn. In der Region gibt es mehrere Parkanträde-Parkplätze. Dort kannst du zum Beispiel auf die S-Bahn-Linien 6 und 11 umsteigen. Im Nordosten und Osten von Köln kannst du auch die Bahnlinien 1, 3, 4, 13 und 18 nutzen. Fahrrad. Die Rad- und Fußwege über die Brücke bleiben geöffnet. Zeitplan ändern. Bist du auf dein Auto angewiesen, wäre es besser, du fährst außerhalb des üblichen Berufsverkehrs, also morgens vor 6 oder nach 10 Uhr, und abends ab 19 Uhr.